Ich wünsche euch einen wunderschönen Nachmittag, wir kommen mit Security Jackson, John Skills YouTube, äh, hier, was geht ab? Was geht ab? Halt's mal John, so, halt, was ist das? Okay Freunde, erstmal John, warte, warte, warte auf mich! Bruder, was ist das für ein Tag? Ja, ich bin Ryan um 37 Jahre alt, du hast ein, äh, na 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 na, okay, ich war in Koma, wo ich hatte einen Unfall oder so. Ich war in Koma. Keine Ahnung, Bruder, verschlossen. Bruder, ich muss irgendwie Elektrik anmachen. Wir müssen nicht draufdrücken, glaube ich. Nein, Bruder, wir müssen elektrik suchen, muss keine Ahnung, wo Elektrizität ist. Bruder, schlaf schon, aber elektrik angeht. Wo? Aber auch? Hey, John, meine, ich muss, ey, ich mache mal sounds an, John, so, so, so. Adj, Brown, plan? Oh, mein Gott. Verschlossen. Bruder, ich hab jetzt angestiegen, ey, das ist die Bar. Ey, was ist los? Da werdetet uns nur reisen, na ja, na ja, na ja. Ich verstehe nichts hier. Was geht ab? Was steht da? Close the wall of Jesus! Pura, Scheiß, das fliegt gar! Ich check gar nichts! Warte, ich check nichts! Okay, wir müssen irgendwas... Oh, Mona, oha! Ich dachte das... Abo! Pura, sollen wir öffnen? Ah! Ich hab wohl schon mal gespollt, diese Musik! Ich hab diese... Wallah, ich hab Angst, ich hab Angst! Ah, oh mein Gott! Mach nicht aus, mach nicht aus, das ist besser! Wie mach ich nicht aus nochmal? Wie machst du das? R2, R2! R2, R2! R2, okay, okay! So! Bismillah! Oh mein Gott! Töme, töme! Alter, ich hab mich so... Alter, ich hab... Aycan, hier geht's weiter, hier geht's weiter! Pura, bei mir auch! Pura, bei mir auch! Ah, okay, bei mir geht's nicht weiter! Los! Bismillah, Pura, Lahn! So, so, was ich... Ohne Spoiler doch nicht, du Kleiner! Pura, warte, Bakschina! Pura, guck jetzt, Pura, guck jetzt! Was?! Wie ist es mit Lacht, Digga? Brunnen, Lahn? Bruna, komm! Das ist der... Irgendwie Krankenhausensystem, ich versteh' nichts! Bitte verlassen sie! Nein, nein, ok, scheiße! Komm, wir gehen weiter! er sagt er soll bitte lief holen muss was für eine map oho sie los mit jurid aller die geben ich sehe nichts es zu dunkel hier geht es nicht weiter wenn wir zu lange dran suchen setzen einen ganz kurzen kaputt war ich würde sagen wir sehen uns wenn wir es geschafft haben so bis gleich hat ihm eine jackson skin flex hier ist was leute wir haben gefunden und ich habe nicht verstanden wir müssen einen schlüssel finden oder so aber ich frage die fragen keine ahnung da steht wie ich habe ich kann kein englisch bin zu schlecht ich höre auch zu machen oder wir brauchen ein schlüssel oh mein gott und das sieht so oh mein gott das ist für geräusche wir müssen immer tätig suchen hier ist was hier ist was ich gehe nicht ich gehe nicht hier muss irgendwas sein vielleicht finde ich englisch vielleicht wenn ich irgendwie müll ich kann kein englisch verschlossen diese geräusche macht mir voll angst ich habe ja ich habe fisch ich habe fisch das fisch was muss ich dann auch von dass irgendeine eine tür sollte offen sein geld haben wohin gehst du nein wir müssen zurück wir müssen zurück wo wir gerade waren ja ja ich weiß älter hier aber was wir dauernd um dann gehe ich hier auch noch etwas offen ist offen welche welche ist das diese jahre oh mein gott oh mein gott musik in uns hat mit gott holen diese musik machen wir so angst alle ich habe so wo ich habe ich habe hier so türen jetzt natürlich was aktiviert mit dem was hier geht es nicht weiter und geschlecht das ist ganz gut das ist nicht oh mein gott ich dachte schon hier weh ich hier hinten ich bin es ist ich habe so Angst aha ich bin ich habe irgendwas von oben gehört oh mein gott oh mein gott ich gehe kurz einmal noch mal hoch ja geh hoch guck alles wir müssen alles abschnecken weil diese musik machen wir allein schon angst ich finde nichts nicht ich war ohne spaß ist wirklich ich habe angst ich höre ich habe noch nie bei einer vorken ab so angst hier nicht nirgends muss ein tipp oder so hier ist nichts okay wir müssen auf jeden fall hier durch das war das wird das wir zu lange dauern dieses video so wie bei dieser produkt bei meinem video wo ich 30 minuten gemacht habe also will ich schon sagen bis gleich freunde ich komme noch mal draußen oder also hier ist auch schon ist offen hier dann ist offen gelbiger gekommen ist das offen ist nicht wir haben es gefunden freunde um ein gott wo ich ja wans älter dort war da stehen oh mein gott oh mein gott alter was hier los und diese musik machen wir so angst oh mein gott was ist das für eine map ich weiß nicht aber ich bin mehr von diesem maps keine lampen mehr keine lampen das wird dieser automatisch ich habe ja keine taschlappen oh mein gott da ist irgendwas mit lila am augen jack ist erfolgt nicht um mein gott ist es schon noch mal wo hast du die fackel bekommen egal gern einfach egal aber ich weiß nicht aber ich halte diese map ist so geil war war einfach so wohin gehen wir dann hier ja ich kann ich doch ich doch doch oh mein gott ich habe sonst nicht ich kann für ruhig hier wird ähnlich sein so guck mal rechts da ist nichts hier ist ausgang was wir ausgang oh mein gott hier ist so nicht hier ist irgendwas ja ach was habe ich doch gesagt hier geht es weiter ich schwöre was ein labo rind aha jan hier 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 anders wieder sagt kasse das dort so viel lang wenn du dein deutsch ist auch so gut hier oder wenn deutsch ist so scheiße so viel langer älter besser leuchtet wie ich habe auch die sense wir müssen auch keine allerdings tipps gucken ich finde hier irgendwas ich kann den stoppen ja das ist ein stück aus dem mann also ich hasse labo rindt so hart ne alter ich glaube ich müsste wieder katschen nein nein oder hier jetzt gefunden und allein ist was da ich gehe ich da durch und mein gott das sind die langsam auch du scheiße ist wieder diese diese junge dopfer diese musik wir müssen hier durch ich kann jetzt ausgang ane ich komme nicht durch oh mein gott dann diese diese geräusche allein machen mich ja check point check point bakim nerede da tamam knopf hier sind schon gel da was 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 da wo da hat so angst yallah gib kraft wo bin ich mache ich doch okay wo bin ich ich muss einen weg zum schiff finden wir sind auf der gleichen stelle ich gehe nicht soll ich nein ich kann ja auch durch das unsere alte allerdings überall brennt das schluss dann geht 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 kommt raus ich erinnere mich ich habe ich habe hier an der maschine gearbeitet ein anderer teil der maschine funktioniert immer noch hier oben das ist wirklich heiß ich sollte die maschine zudringen was das für ein geruch es riecht so wie ein toter fisch wo ist er ja wir müssen fisch finden diesen toten fichter oder die hauen ab kommt man ja ich mache nicht los ich kann nichts machen oder hier oben kann ich das ist das main office bist du bist da ist der button aha jetzt habe ich die maschine ausgeschaltet so wurde die märkte so geil wo sollen wir lang hierdurch können wir nicht durch fisch wo sich immer den fisch mit dem fisch ja behaltet diesen stinkenden fisch hier wird das brauchen ihr werdet das brauchen ich habe es doch fast gegessen ja du bist so schlecht da hinten das wasser irgendwie war ich verstecken geblieben ich verstecke hin geblieben höfst mich nicht okay doch ich habe es geschafft egal ich spiele einfach worte so wollen sehr geile map ich schwöre baller als ob wir 15 minuten dran sind und wo bist du schon jetzt weiter um ein gott das ist für die krippe alle alle ich kann ja auch nicht durch so nicht aus ja was bisschen aber hier ist was du sollst du nicht schaffen hat ein fisch was passiert das passiert was jetzt passiert ich die tümer verschlossen welche welche hier ist ein toter ich erinnere mich an diesen platz nehme vielleicht bin ich hier stecken geblieben oder ich bin hier sagt schnell ich war geschockt gewesen an diesem platz wo mein englisches auch beste aha jeder besser oh mein gott ich will auch oh mein gott dann hier kommt reinkommen reinkommen rein oh mein gott ich muss alle wir müssen alle changers von diesem dings wir müssen alle changers von diesem von dieser insel abschließen alter junge ist zug ich würde so eine geile map lehrt helfen sollen wir dann kommen wir hier und kommen zu mir bei diesem klopf hier sehen was ich soll ein fisch zwischen den containern suchen die ankommen ich war mal nicht aus junge muss ein fisch sein hat gefunden ja john jungen gönn mir ich stehe nach einem für ich habe es gefunden so jetzt können wir dahin macht was mich jungen was ist so geräusch komm mit jetzt okay da kommt checkpoints nach rechts nach rechts zuerst nach rechts ich habe mich so ein schocken wie diese scheiß freder meuse hier ist einer hier ist ein teddy aber das war der die hinter diesem dings hinter dieser verschlossene scheiße oh mein gott ich denke mal kann darüber digga mein gott jetzt ist nur noch diese seite gefragt hey kann man rüber dann hier ist ein champion oder so was ist das für geräusche ich habe die flagge welche flagge guckt meine hand oha wie geil das aussieht ich habe die flagge aufhoben geil jetzt musst du glaube ich irgendwas macht keine ahnung vielleicht kann auch nicht mehr rum zwischen ich habe nur noch die flagge meiner hand ich mache den weg frei oder soll ich ausmachen nirgidion samatja komm rüber kommen hier wir müssen hoch dort kommt 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 hier seine tür oh mein gott die ist verschlossen scheiße jungen alles verschlossen hier unten ist auch irgendwas aber da ist auch verschlossen nein die kann ich auch nicht hoch ich glaube wir sehen uns noch wieder nach diesem kopf auf jeden fall kann ich hoch was ich habe hier eingesteckt egal ob ich muss weiter wohingen wir nichts irgendetwas passiert oh mein gott hier so groß war die musik ist weg oder was ist das was ist das was ist das aber wir müssen hier durch den kommenden 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 hier steht genau geradeaus oh mein gott okay wir müssen wieder rein alle tennys verschwinden alle was das für eine abgespacete map oh mein gott oh mein gott siehst du das oh mein gott oh mein gott der hat mich so erschrocken die geile map ich will wallah ich kann nicht durch hallo was muss jetzt warte von dabei 1 punkten soldat ist es fertig wieso fertig nein doch wir sind fertig also war sie war let's go freunde das soll es vom video gewesen sein eine mega geile map danke noch mal an mein bruder herz und ja dass du dabei warst und ansonsten würde ich mich über ein like freuen lassen abo da glock aktiv nicht vergessen wir sehen uns beim nächsten video haut rein und tschüss die kostet san francisco